Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft und ja ich würde jetzt mal sagen wir gehen jetzt essen schlafen ach ja wir haben ja einen hund letzte stunde letzte stunde wieso sage ich letzte stunde letzte folge bekommt oder sind es viele zombies ja ich gehe nicht zu jetzt hier aber nein 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 du schießt mich jetzt nicht Kills kill 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 jetzt mach kill du tötest nicht meinen hund Autsch komm mach mach ihn fertig mach ihn fertig das darf jetzt nicht wahr sein wieso leckt schon wieder ach ich hab die sichtweite mal wieder zu weit acht genau ja mein schönes haus ich hasse creeper ich hasse sie greif mal an hier kann ich nämlich mal loch ganz machen nächster ey böser Hund fass fass braver Hund braver Hund so ähm von außen ich gehe durch die Tür boah Junge wie viel sind denn das äh hat's super gemacht Hund der macht den ja richtig fertig richtig richtig jetzt komm komm her geht doch kann man das noch wieder zu machen ähm von außen ich habe nicht mehr genug holz toll ähm einmal das und einmal das und dann ist es schon gar repariert zack jetzt passt wieder alles jetzt passt wieder ist sehr schnell inventar ein bisschen sortieren einmal hier da und ich habe keine Schaufel wau wau ey wo rennst du jetzt hin schön da geblüht oh warte weil kann ich jetzt noch schlafen kann ich noch schlafen kann ich noch schlafen genau hier und da ist keine kohle hier kann man weiter mein dach bauen das wird eh noch eine weile dauern glaube ich so genau hier haben wir wieder zwölf Treppen so Treppen äh hier zack zack und hier da und ja da passt es schon dann ist es ja gut ach die Schaufel ist ja letztes Jahr voll kaputt gegangen das habe ich wieder ganz vergessen komme ich das noch runter ja ohne probleme perfekt so was mache ich jetzt diese folge ich wollte ich wollte leder suchen und mein Zuckerrohr schnell vermehren das pflanze ich jetzt nach unten am fluss teich gedingste an hier fangen wir sofort nicht ein teich das ist kein teich pfütze pfütze eindeutig ne pfütze da und da ist schon wieder was kaputt gegangen kann man da eigentlich noch eine Reihe dran setzen ich glaube vier hier hier geht ja perfekt genau um er war ja ich kaputt gehen und wir gehen jetzt erstmal leder suchen hier hat es mache ich ich brauche in mich gerade eingefallen ich kann ja mir kühlt sich dann habe ich einmal essen und um ähm wieso fällt mir das wort nicht ein essen und leder jetzt genau und leder so simples wort aber nein mir kann sich wieder nicht einfallen habe ich noch Knochen nö ähm ähm ich bräuchte mehr Zäune mehr Zäune und so perfekt und ich habe habe ich noch Holz ne mal langsam soll es los okay vier Zäune durch vier ähm 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 ich habe es nicht mehr so in den Rechten gerade okay ja 2 2 3 4 5 hm 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 10 10 12 14 15 15 15 15 die naht aufschreiben ich das mal übelst weit weg natürlich mein haus nicht mehr nicht so gut hallo renn mal wieder aber ich wollte sowieso mal nachschauen ob ich auf einer insel bin oder nicht genau aber hier sponting über null einfach nichts gar nichts 0 höhner wow ich will aber keine höhner ich will kür mal hier ein auf roter zahlen und zack dann scharf wir werden scharf ich nicht das braucht man schon wohl was ist das das ist der fall reingepackt ist natürlich noch ein scharf wir müssten irgendwo ich habe doch gerade einen Hund gehört ja wow wow perfekt dann noch einen Hund Rafa wow wow kommt der jetzt mit oder nicht doch ich hätte eigentlich meinen zweiten Hund auch mitnehmen können aber naja naja oh komm ich will doch nur Kühe finden gibt es nicht gibt es vielleicht irgendein bio wo man Kühe am leichtesten findet oder irgendwie so da ist eine hübsche Höhle ahm ahm könnte ich auch züchten ich kann alles machen was ich will perfekt ich brauche nicht noch mehr schweinchen müsstest du auch kühe geben Sonnenblumen Sonnenblumen braucht kein mensch sie sehen aber cool aus aber egal wir nehmen dich super gemacht und dich da wären mehrere ganz nett da wären mehrere ganz nett jetzt irgendwie hier müsste fleisch liegen liegt aber nichts braver wow wow und dann nimmst du den auch gleich oder auch nicht aber den hey hey so dann mal ein bisschen fleisch wieder hier dann Standbereit die Schafe. Schnapp ihn dir! Genau. Okay. Da ist noch mehr Zuckerrohr, das finde ich gut. Voll sozial. Finde ich voll sozial. Ich habe zwei Sandblumen. Yay. Hier gebe ich zum Helfen, wir werden uns die ganze Folge nur damit verbringen, Kühe zu finden. Aber dann habe ich ein gutes Thema. Unwahrscheinlich versammt mir einfach so ein Kuhgehege oder so, aber... Eben nur, wenn ich fertig werde. Ich will auch noch Riku finden. Ja, Sonnenblumen! Schafe! Also da wachsen schon ein bisschen unnormal viele Sonnenblumen, finde ich. Könnten weniger sein. Hallo, Kühe! Nichts? Das gibt es doch nicht. Oh! Pumpkin! Kürbis, Kürbis. Ich habe Kühe. Und zwar in Massen. Hier spawnt natürlich... Alles! Hier nehme ich noch ein bisschen Kürbis mit. Kürbis kann man... Wir habe gebrauchen. Und wenn mich alles täuscht, ist Kürbis eine der seltssten Sachen, was es gibt oder so. Okay. Guckt mal, was ich hier habe. Küchen und Schafen. Oh Gott! Wie tief geht es denn da runter? Ah! Nicht runterfallen! Das ist ja was für eine Todesfalle hier. Komm mit. Ich brauche zwei Kühe. Ja. Oh Gott, jetzt wieder zurück rennen. Ja, ganz kurz hier. Äh... Zack! Guck mich mal an hier. Hallo! Ja! Du sollst im Bild bleiben, Junge! Ich will noch ein Bild von ihr machen. Hallo! 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 Machen wir so. Machen wir so. Okay, Anwalt... Ah! Kommt! Boot, boot, boot! Gott, jetzt hast du jetzt zurück rennen. Das wird spaßig, aber ich schaffe ich diese Folge nicht mehr. Ich will schließlich keine zu langen Folgen. Komm, nehmen wir noch ein paar Kühe mehr mit. Kommt! Boot, boot! Jetzt komm schon, hallo! Einfach blöd, die Kühe sind zu weit weg. Oh, man, ja. Kommt! Hier kommt's! Hier kommt's! Gut, dass ich einen Hund habe, der hält mir jetzt mal lieb. Äh, die ganzen Viecher vom... Jetzt hab ich schon wieder keine Kuh mehr. Aua! Ich will ja nicht meinen Hund schlagen. Wo ist jetzt die zweite Kuh? Junge! Das wird jetzt schwer, glaub ich, immer durch den Wald hier. Und das mit zig Tieren im Schlepptauch. Wieso muss die auch so weit suchen gehen? Äh, ihr sollt mitkommen! Oh! Okay, ich versuch's mal wenigstens mit einer Kuh, muss ich halt wiederkommen. Hilft nichts. Nicht alle mit wollen? Nein! Jetzt ist... Äh! Mein Hund verreckt gleich! Jetzt, oh, leck mich doch ins Knie! Nee! Ich suche jetzt auf meiner Ebene. Also, äh, da wo mein Haus ist, habe ich auch so eine große Fläche. Jetzt suche ich da nach Kühlen. Ich bin jetzt echt zu blöd, Kühl zu suchen von da. Ich nehme jetzt aber wenigstens das Fleisch von denen mit. Aber nee, bevor ich dann keine anderen finde... Das ist lieber. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist doch einfach zu weit, dass... Ich hätte die Kühl sich am Anfang mal gesehen hat nehmen sollen. Aber nein, ich musste sie ja töten. Aber ich hatte da auch keinen Weizen. Das hätte mir eh nichts gebracht. Hm. Und wie? Das sieht ja auch cool aus, irgendwie. So, Wallpool im Meer oder auf, äh, so ein Teich auf einer Insel im Meer, so ungefähr. Ah, das ist eine Schlucht! Ups. Okay, Eisen habe ich genug. Kann ich das, kann ich das, oder...? Yay! Yay! Waaah! Weg hier! Einfach nur weg hier! Ganz schnell! So schnell wie möglich! Weg hier! Bist mit Geschwindigkeitstrank oder sowas! Michi, das wäre cool! Wie lang nehme ich jetzt schon wieder auf? Oh, die Fahrt über mir viel zu lang! Aber... Ich will eigentlich nicht um über 20 Minuten kommen. Nee! Schneller! Ich will immer wieder nach Hause. Es war ein richtiger Kuh-Fail. Diese Folge. So, ich nicht. So, Folge halt Kühe. Auf der Ebene, wo ich bin. Da schon wieder Zuckerrohr. Will mich die Welt jetzt irgendwie verarschen? 1, 2, 3... Seit wann kann Zuckerrohr bitte 4 hoch werden? Das ist für mich neu. Oh, leck mich! Aaaaah! Verrückt man ja erst mal! Ja, komm hier! Ja, komm hier! Komm hier! Jetzt bist du dran! Wo ist jetzt mein Hund hin? Egal, ich habe auch einen Hund. Schnell Zuckerrohr mitnehmen. Ich will es nicht ungern hier die Folge beenden. Dann schaffe ich einfach nicht mehr nach Hause zu rennen. Ah, hier mal schauen. Mal schon. Vielleicht schaffe ich es noch. So schnell wie möglich dann... Ah, gut! Wir müssten hier gleich zu Hause sein. Jetzt sind wir schon. Oh, leck mich! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Weg da! Oh, ich hasse die Baby zu mir. Die können einfach so... Unrealistisch schnell rennen. Richtig unrealistisch schnell rennen. So, jetzt nur noch... Durch dieses schübsche, hässliche Tal, wo ich erstmal wieder rauf muss oder so. Und schön den Creeper kennen. Komm, ich will noch nach Hause rennen. Noch ganz kurz nach Hause. So, jetzt habe ich sie gleich. Ich hoffe, ich habe es gleich. Ich hoffe, ich habe es gleich. Dann muss ich noch so weiter rennen, oder? Na, ich will da rauf. Was essen. Und ich habe noch... Okay, ich hätte noch... Bei mir jetzt mindestens zwei Sekunden. Könnten noch knappe auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten schon mal hier. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ähm... Und über eine positive Bewertung würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Hm. Ja, okay. Okay. Und verabschiede mich hiermit. Bei... Nach einer richtigen fälligen Kuh-Suche. Okay. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.